Entschuldigung, Bart wird nicht gespielt, ne? Bart wird nicht gespielt, gut. Warte, was hatte ich jetzt nochmal? Mann, Akschan. Ich hab ja schon witzig gewesen so. First time Akschan, das ist garantiert Fun. Ja. So. Ähm, wir sind jetzt schon bei den Champs, ne? Also ich spiel jetzt schon Yuumi? Ja. Ja. Ja, cool. Aha, da ist ganz gut. Oh yeah. Ja, wir spielen trotzdem unsere Main Positions, right? Ja. Yo. Also Midlane Matchup wird on fire sein. Du spielst albern, ne? Ja. Ich spiel mir jetzt echt an Chroma. Also bin ich jetzt AD Yuumi? Ja. Das ist interesting. Ich spiel AD Carry Yuumi. Okay, gut, klar. Klar. Jetzt bin ich ja gar nicht bei dir. Oh two. Ja, wir können auch... Ich glaube, wir können auch... Ich hab ja nur Thumb Kensch bekommen, oder? Nee, als Support. Ich glaube, wir können uns das rausnehmen und du spielst... Also AD Yuumi macht ja gar keinen Sinn, oder? Doch, doch. Macht Sinn. Doch, find ich klasse, ey. So, ja. Aber das ist ja nicht... Rücken, ich farm einfach, okay? Warte mal, wir sind voll AP, wenn ich Yuumi haben noch. Finde ich gut. Soll ich Aurelion AD? Nee, aber wir brauchen AD. Wir brauchen extra AD schon. Also... Ja, Aurelion AD. Äh, extra Yuumi, ne? Ich spiel Press A. Wie machen wir denn Schaden an denen? Schau mal, wie tätig die sind. Leute, wie machen wir den Schaden? Ich kann Aurelion AD. Ich kann Aurelion AD. Warte, was? Mango, was spielst du? Das ist ein AD Yuumi-Engel. Ja, sehe ich auch. Ey, die Yuumi-Engel. Wait, was ist jetzt top? Tarek? Nee, Support. Also du spielst gegen äh... Äh, Seraphine. Oh. Äh, okay, das mit Seraphine top war jetzt ernst gemeint, ne? Ja. Ist 100% ernst gemeint. Okay, gut. Mal klarstellen, ne? Hat die gute AP-Scales, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, kranke AP-Scales, ja. Ja, okay. Ich kann das auch richtig AD Timo, Leute. Also, alles gut. Ja, ja, ja. Dann haben wir Kindred Timo. Okay, das passt. Perfekt. Die haben echt einen vernünftigen Schaden. Muss nicht irgendwie die Hälfte jetzt rüber, oder so? Stabiles Arz hier, würd ich sagen. Ich würd sagen, so sei, du musst Damage machen. Ich würd sagen, so sei, du musst Damage machen. Oder was? Ich geb euch allen mal VIP. Ihr könnt dann... Ja, das will ich sehen, Kollege. Ja, komm. Äh, dann gehen wir runter, ne? Ach, ne, ihr geht runter. Ja, tschüss. 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 Bin ich bei dir? Ja, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, alles klar. Okay. Okay, Leute. Okay, perfekt. Ach, endlich wird's ruhig. Brücki weg. Oh. Was macht Brücki hier? Ich bin, ähm, Team. Ich bin dein ADC übrigens. Ach, wirklich? Ja, ja. Ja, da. Ich bin dein ADC, Yumi. Da bist du ja, ja. Ich dachte, du bist so gegen dein Team. Aber ist schon auch ein bisschen draftive, ne? Muss ich sagen. Also, es ist jetzt schon... Hey, ich finde unseren Draft richtig gut. Okay. Musst halt performen auf der Yumi. Kannst du junglen, denn? Ja, ja, ich hab schon. Äh, mit, äh... Ich hab schon, ne? Das... Komm. Also, die ersten zwei Games werden richtig free. Und danach... Danach muss ich mal gucken, was ich mache. Ja. Ist wirklich so, ne? Ja. Soll ich einfach Kall gehen? Ich geh auch Kall. Ich dachte, du bist jetzt AD hier, ne? Ja, ja. Ich geh AD hier. Du bist aber... Ich dachte, du bist Support. Brücki. Nein, nein, nein. Das ist natürlich schon ein AD Carry Angle, ne? Oh nein. Ah, ja, dann hätte ich natürlich ein anderes Item nehmen müssen. Ich hab's actually gecallt, aber naja. Kriegen wir hin. Ups. My bad. Oh. Wer ist denn das? Ach, Sola auf Kindred. Komm her. Ich komme her. Das ist ja voll gut. Kindred AD Carry. Oh, nice. Oh. Die gehen hier rein? Oh, ich bin so bad. Die gehen da rein? Ja, ja, ja. Oh shit. Ich komm rüber, ich komm rüber, Leute. Komm mit, komm mit. Ich hab da drei Turits, ne? Das ist komplett free. Das ist komplett free. Ich hab drei Turits, ich kann noch gar nichts. Der zweiten war Level 1, ja? Ich glaub, ist der da drin? In dem Buch? Raka ist mega gut Level 1, ne? Ich komm jetzt da drin, warte mal. Ich komm mit meinem Dinger nach. Ich hab press the attacks. Komplett free. Ist der da drin? Nee. Nee, nee, nee. Aber dann ist der hier. Dann ist er hier, ja. Warte. Hey, Leute, wie geht denn da, ja? Hat der noch Flash? Ich bin mit ziemlich sicherheit geworden, probiert zu smiten. Ich kenn den noch. Überhol drin. Oh, mein Gedanke. Oh, hier ist er, hier ist er, hier. Er ist hier. Komm mal. Wohin? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der hat gar kein Flash, oder was? Was ist das denn? Das ist Ghost. Ich hab mir Wort. Das ist nicht sein Ernst. Alter, please. Wo ist er hin? Ich weiß auch nicht. Der hat Exeklinien. Nee, hab ich. Easy. Sieht gut aus. Ja, ich geh schon mal Base. Ich bin eh langsam. Und so, ja. Passt. Natürlich. Ich mach Kyle. Minute vier. Wenn man auch Kyle lastet wahrscheinlich. Die haben eine normale Bottle hin tatsächlich, ne? Also, so normal wie es halt geht in dem Game, sag ich. Ja. Das nervt ein bisschen. Oh, shit. Der Start hat mich schon mal komplett abgeholt, muss ich sagen, ne? Ja. War nicht komplett verkehrt. Eureka! Ja! Sorry. Sorry. Ach, Tam Kench geht ja jetzt auch ganz anders, ne? Actually, Hammerdinger ist richtig gut, Wotel. Okay. Kommst du klar, Wotel? Ja, das ist so komisch mit dem Movebild, ey. Wie das erste Mal. Ich stehe mit dem, mit dem Schwert geht's. Oh, okay. Oh, mein. Okay, mein Ding ist doch nicht so gut. Läuft nicht, sagst du? Hm. Ich hab grad den Buff resettet. Was macht man überhaupt auf Aurelion? Q oder W? Oh, keine Ahnung. Ich glaub, weh mittlerweile, oder? Ja, auf jeden Fall weh. Als ob du das weißt. Auf jeden Fall weh. Aber klangüberzeugen, ne? Der fehlt übrigens Agurin, ne? Ja. Ich bin low geworden gerade, ja. Oh, die sind da. Die sind da. Die kriegen Double Crap, Leute. Ja, Double Crap ist hier mittlerweile nicht mehr wichtig, ne? Ja. Ach, die ist so klein am Anfang, ne? Jetzt mittlerweile. Okay, da gehen wir für die... Actually, die Gron kriegen wir auch nicht. Da waren drei Leute Mitte, ne? Kein Mr. Bot Lane. Hä? Junge, wir haben's dreimal gesagt. Wir haben sie gesehen hier, ne? Das würde ich nicht sagen, oder? Double Crap, ui, ui, ui. Ja, weil Jumi, also hier, Beröcki farmt sich natürlich in den Ast, ne? Richtig gut gerade. 18 CS schon, richtig geil. Also, die sind da immer noch Mitte, ne? Da macht sich da keinen Stress. Scheiße. Ich guck mir so beim Lars hinzu, es ist so anstrengend. Wir diven die Kindheit, okay? Wir diven die Kindheit. Okay. Seh ich, ja. Witzig, mein Heat Damage? Oh shit. Wartet auf mich, wartet auf mich. Okay, jetzt rein, rein, rein. Ja? Ja? Der Raffinist? Wollen wir uns nicht treffen können, ne? Shit. Ja, beim nächsten Mal klappt. Wir haben halt so richtige Champs und so, ne? Ja, aber leider nicht. Ist okay. Ja, ich glaube, wir müssen hier um, 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 Strong Side Topliner rumspielen, ne? Ja, vielleicht, ja. Braucht den Jumi, den nur scalen. Mhm. Könntest du nicht in mich rein, Brücke? Ähm. Ähm. Ne. Er kann wirklich Jumi nicht spielen. Imagine it. Warte, wenn du in mich reingehst und ich weh mache, bist du noch mit dir drin, oder? Ja, dann bin ich in dir drin noch. Das geht. Boah, ich glaube, ich werde hier schon wieder gecheesst. Aber ich würde am Anfang erst Stunt, das ist das Problem. Oh, wir sind die 4000 übrigens voll, ne? Sprich, du musst Mars anbillen machen, glaube ich. Mach ich. Das wären tolle nächsten Tage. Ich glaube, ich hätte auch resetten sollen, das war, bin ich nachgedacht. Ups. Ich bin unterwegs. Meinst du der zwischen? Ne, ne? Gaube ich nicht. Ich komme übern, ganz hinten rum. Ja, ja. Ah, ich bin da. Ja, let's go. Hab' ihr noch Flash? Äh, ja, so eigentlich. Boah. Bist du rein? Nein, nicht. Wird gestunnt. Wie ein Sola mit dem Stun. Das ist ja widerlich. Alter, ich bin auch komplett überfordert. Ah, jetzt ist hier. Ah, jetzt ist es hier. Ah. 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 Das war. Ah. Have a nice try. Okay. Argon hat auch ein bisschen Zest bekommen. So, dann kauf ich mir jetzt das Support-Item. Direkt back im Game. Die Raptor, ich weiß nicht, ob ich die schaffe. Ja, ich hab's auch gepinkt und mir dann gedacht, I don't know, man. Das Game scheint ziemlich disgusting. So, der Kampf mit der scheiß Krabbe, Alter. Ich muss die so hin und her anschossen. Yo. Das sieht aber ganz strange aus. Kann ich jetzt schon mit einer Genki-Dame mitbekommen? Wie funktioniert denn das überhaupt? Ist das so? Oh, ich glaub ich hab's. Ich komme. Ja. Er fährt an. Ich hab, du brauchst doch jetzt Fireboots, oder? Ne, das geht so. Echt? Weiß ich nicht. Er ist halt irgendwann auf und dann... Ja, ja. Ich muss schneller sein. Scheiße. Töten wir die Seraphine jetzt nochmal. Ich brauch irgendwas. Der Sola wird ein bisschen mies, glaub ich. Der rollt hier gerade dann ein bisschen davon. Also, ich glaub Midland ist komplett free, ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht wie man Damage macht. Ich weiß nicht wie man Damage macht, wenn sie hier… Unlparable. Wir spielen Double Kipe, ne? Wir können auch einfach ein bisschen chillen. So, Alter hier liegt einfach ein Ball und daneben eine Spritzpistole und dann... Können sie mich hier rein? Kriegst du den Gulden? Äh, ja. Ness. 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 Ich kann ... ich kann auch typieren. Ich hab ja die Brücke verloren. Ok, ok. Ich hab aber nichts. Ah doch, ich hab kein Ultrat, ne? Ja. Oh oh. Oh oh. Mama! Evakuieren! Mangel ist mad, dass wir ihn geteift haben. Ja, sieht gut aus, was du da machst. Oh! Ich bin auch gleich da, ich bin auch gleich da. Ich weiß nicht, ob das dann besser wird. Was sollen das? Mensch, Bröcki, kipp alles. Ja, nice. Alter. Ihr mich habt doch. Klasse, Bröcki, Uwe. Wie die Dive war, ne? Natürlich. Ich bin der von Soraka und jemand, oh Gott. Bin ich so muted oder einfach sehr schweigsam? Ja, Bröcki, ich bin einfach, ich, ja, ich hab die ganze Zeit Shot Calls gegeben hier. War richtig geil. Wir haben ja gesagt, wir haben Bröcki verloren. Soraka, kein Flash mehr, Leute. Wenn ich komplett weggezählt wäre, oder? Hätte ich Lustig gefunden. Ja, passiert ja sonst nie im Funturnier, ne? Wobei, tut schweig, ist das ein Funturnier? Okay. Ich mach' wirklich ein bisschen lauter, weil wenn du schweig warst. Ich weiß nur, als ich dich zu E-Trophy eingeladen habe. Damals, ja, ja. Aber geil. So. Ich pizze mich strong. Was weird klingt, aber war es. Was, 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 was gehe ich überhaupt für ein Item Crown? Nee. Nee, ich glaube, aber auch, was ist, wenn, nee. Weiß ich jetzt nicht hier. Wahrscheinlich ist es sogar die Antriebser einfach, ne, weil wir. Auch halt Damage. Weil das ist ja mit Ludens. Muffinspiet. So, gut, genau. Komm, ich hole dich ab. Schmuck drauf. So geil. Boah, das sind Leute mit Erachtung. Ja. Ist der Tor schon? Dann zählt Ork. Jetzt bin ich, jetzt kann ich natürlich jemanden aufessen, ne? Hm. Geil. Ja, die Champions scheinen unterschiedlich gebalanced mit Gold. Kindred scheint da ein bisschen besser zu sein, als Adi mal. Oh, okay, da ist ein Timo. Oh, ja, 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 ja. Den kriege ich, den kriege ich natürlich. Der Capflash, also der kommt da nicht raus. Der Capflash kommt da nicht raus. Ja, die sind noch hier, die sind noch hier, die sind noch mit so. Ja, die haben Bock. Wem geht der? Weiß ich nicht. Hast du einen Sweeper oder so? Oh, da ist er. Ich glaube, du hast ihn sogar schon. Ja, ich move auch. Ich move auch. Der Starspieler ist doch nicht dabei. Ganz viel. Ganz viel. Hast du auch. Jawoll. Ich komme auch. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich habe recht noch Öl. Wir sind ja viele. Scheiße. Wir sind ja echt viele. Was der? Das ist so useless. Ich komme nicht ganz hin. Die Arme noch diamond, diamond, diamond. Ja, ja, ja. Okay, jetzt glaube ich nicht mehr, oder? Oder wir brauchen ein bisschen Zeit. Oh, Junge. Oh mein Gott, ich bin einfach too hit. Scheiße, die wir uns haben. Der war ja auch gespeckt zum Tod, ey. Komm, leg den Turbo ein. Leg, leg, leg. Ähm. Ja, geht irgendwer mit? Oh, hier, hier, hier. Der hat keinen Flash, der Typ, ne? Das ist ein absoluter Freakill. Oh, oh. Volleck. Nice. Ab. Reingespurt. Das ist der Kindert und ich lanter. Ich brauche nur Hilfe. Oder auch nicht mehr. Deck den Eid. Äh. ok ist die gold wert ich komme aber ich habe noch kein e ja mach ich keinen schaden ok so dahinter ich gleich aber was soll er machen drei sekunden ich kann direkt noch mal es ist so easy so ja so hat es auch gestorben wir müssen aufpassen dass freddie die die stacks ja ich habe schon mal zum hart oft ich habe noch keine wards wird jemand denkt sie sie ich könnte diese kannte wenn ich schläge ist aber kassier Klick, klick, klick. Ich fühl den Champion voll, ja. Der ist genau wie ich. Komm, lass mal hier zeigen, ob ich irgendwann mal Worts kriegen würde, glaube ich. Komm mal rein. Wie hast du denn? Oh, ne, ne, war mein. Ja, ich hab das zu spät gekauft, so. Leck, leck, leck. Der hat kein Ult, kein Ult. Da soll man vielleicht trotzdem raus, oder? Der macht einfach mal einen Blue-Buff. Ein bisschen mehr Leute, ne? Oder auch nicht? Oh, ja, ja, ist gut, ist gut. Ist hier gut, ist doch nicht so gut. Ja, da war ich ein bisschen deep drin, aber wir haben den auch nur 700 Shuttles. Haben wir noch wen, haben wir noch wen hier, oder? Ja, haben wir, oder? Ja. 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 fucking Yumi. Alter. Alter. 11. Schleck, schleck, schleck. Schleck, 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 schleck. Was soll da schon schief gehen? Stark. Boah, ey, war Frost, Weltklasse. Der ADC kann einfach in den Kuppel reinnehmen. Das ist so dumm, ey. Kannst du hier den Rapper schnell machen, dann würde ich... Ach stimmt, ja, dann kriegst du was, ne? Kann ich machen, kein Problem. Oder du kannst ihn machen einfach. Achso, ne, kannst du etwas ganz gemeint. Ja, dauert schon sehr lange, Kimmel. Passiv zieht sich nicht halt in meine Melee-Auto-Tech-Range, ne? Ja. Das ist aber richtig kacke für Tech-Speed-Alvern. Auch wenn du im Busch bist? Oder im Busch warst? Ja. Ja, ja. Wir sind einfach... Also, ich dachte nicht, aber... Sagt das stark so aus. Aber ich bin, ich komm bitte und ich glaub, dann können wir auch spielen. Ja, der kann da hinten auch die Pin dann. Ja. Die wird grad so ein bisschen geahramt. Oh! Geh mal rein, geh mal rein. Jetzt kriegen wir den ernsthaft nicht, ja? Geiße. High Five, Daisy! Ja. Oh! Oh! Oh, ich bin tot. Oh, ich lebe. Sehr viel durch den TFT-Club anders. Oh! Jetzt stirbt er aber. Scheiße. Ja, ich freue mich reingehen sollen wahrscheinlich. Komm, Kevin, lauf! Eif! 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 So close! Oh, er macht das so ein bisschen mehr damit. Eif! Geht durch unten, ne? Eiiiici! EIiii. 지금까지, verrückt zu sehen. Ich voll natürlich mich schönen. Eif! Eif! als ob er schwierig kinder ist doch sogar ja das ja ich bin auch im wort nicht rein und rennen ganz schnell daran gegner kommt von den gegnern das geld bisschen besser aber der adc ist halt nico linke der stück ist ein leichter 15 sekunden auf break ich habe tp aber ich kann auch um einfach turm nehmen wir ja wir können kosten die frage ob wir noch mal stärker werden mit eddie ich würde sagen wir russ schon einfach nashen 40 sekunden ich habe rarons fertig da sind drei die hassen dich aber auch ich würde sagen wir russ schon einfach nashen 40 sekunden ich habe rarons fertig das war richtig viel charme das ist komplett crazy der ist alleine der ist alleine nach der den den ich glauben den wollte ich ja ich weiß ja auch das war nicht durch das schaffst du nicht besser ich habe leider nur ein töd ich werde auch nicht denken glaube ich na scheiße machen ist nicht so ganz wichtig ich muss halt schlucken ich habe jetzt nur am an ab ich glaube ich bin jetzt schon online aber ich glaube ich kann das trotzdem machen schön flessen ich habe jetzt nur am an ab ich glaube ich bin jetzt schon online aber ich glaube ich kann das jetzt trotzdem machen ich glaube nicht aber du kannst checken ich denke ich bin einfach nisch ja ich gehe vor gut so und für bericht wie das sind krankens leer brauche ich aber schaden ja aber komme ich das ist schon scheiße angehen wird die jetzt einfach so wir haben auch einen herald könnten vielleicht einmal mit daran daisy und herald das klingt doch super ja wir sind schon hart flink aber ja aber ja da sieht ihn oh suraka flink haben wir haben wir ja hab ich hier komplett wenn du da was habt dann dann go ne mit und und wenn du dann wir da ja 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 ich habe so viel wir müssen müssen raus oder das war kann auch damit sprich mein schild und dann gehen jetzt nacht die werden die werden ja schwachen die pia war früher noch auf mich zu hören die flash habe ich zu zweit dran oder 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 das war der dritte glaube ich habe ich glaube ich nur so wacke ja ja ich sehe schon die piks für das nächste game ist viel schlimmer das wird noch schlimmer noch schlimmer wenn bröckis hola jasu und miromatch das ist echt da sehe ich mich aber da sehe ich gegen solo auf jeden fall wenn ich spiele müsste wäre aber ich stehe 51 ich bin so ich habe ich damit schwach ja dann freut mich auf namen mit ob nächstes ich glaube wenn du dir einmal kennst du auch so wobei das das und timo rechnung den team aus verkaufen weg hier schwierig da auch so acht keistex seit ungefähr zehn jahren der steht hier neben dir glaube ich nur hier ja er steht hier irgendwo glaube ich war hier ja sprung ich mir vor die füße aber also raka ich werde viel flaschen hat auch geflasht wir bräuchten hier irgendwie aber ich glaube es ist ja einfach nur einfach kriegen ich bin gar nichts die ist geflasht ich will nicht vielleicht haben wir sie beim nächsten mal krähen er ist auch geflasht aber die haben wir da so die brauchen voids ich kann ja die machen wir nehmen wir mal jetzt ob der kaffee schweig sagt ja es mir wollen ob sie erstippte Wir können auf jeden Fall fighten, jetzt, da oben ist ein Rocker, ist ja low. Kriegen wir Mango und noch? Was meinst du, Johnny? Ja, ich glaub hier ist so ein kleiner... Unfassbar. Jetzt wird's mich verarschen. Na gut. Musst du selbst verantworten. Ja, ich mein, wir haben zwei Drakes, ne? Ist ne harte Win-Kolle ist schon, aber... Ah, die ist halt so rar, ist halt actually gut hier, ne? Schon hart die zu... Kann ich helfen? Wie sieht's aus mit Split Push? Kann du ja nicht hin, ne? Ach ja! Nicht so easy. Joge! Oh! Nein! Ich bin eine Katze! Brücki! Komm! Komm! Kann man da rein? So lassen sich die da? Ah! Ja! Wie sonst? Timo auch hier? Ja, der ist ja oben. Ja. Ja, gehen wir... Müssen wir ja fast schon, ne? Ja, gehen wir mal rein, komm! Ich futter da jetzt rein. Ja. Ich hatte Angst vor mir. Nice! So ran? Gehen wir da noch was? Ich kann's. Äh, vielleicht... Oh! Oh! Donny kommt hier. Oh mein, ich hab nie so... Warte, warte, ich kann den... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber die Kyrie ist nicht bei euch! Ich hab die gewinnt! Doch nicht! Oh! Wie schnell ist der denn? What the fuck! Holy fuck! Oh, ich hab... Ich hab Taric hier erwischt! Oi, oi, oi! Oh! Alle hier erwischt, glaub ich! Oh shit! Ich hab halt nichts tode, Alter! Das sind halt 500, danke viel zu! Ja, das ist schon echt schwierig so! Haut rein, Leute! Ja, wo mein! Ha, ha, ha! Hm! 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 Ja, wer auch immer 50 Euro für Solas Kindred ausgegeben hat, hat denen, glaub ich, das Game so ein bisschen gecarried, eh! Also zumindest Taric, Kindred, so Raka, Alter, die kommt uns halt... Äh, keiner, keiner... Ja, frech! Aber ich hab jetzt einen Moonstore! Vielleicht haben wir einfach gegen... Ah, the sweet smell of science! Ach, 100 Gold hab ich Infinity... Stimmt gar nicht, 300! Oh! Ja! Ich muss quasi irgendwie rein und den aufschlabbern und zu euch spucken, oder? Äh... Juba macht keinen Schaden! Haha! Vielleicht möchte ich nicht! Hätte ich mal einen Geason jetzt bekommen! Oh! Raus mit dem! Cool equipped, eh! Aber noch zwei! Aber noch zwei! Ja! Ja! Aber ich mein, er hat Spaß, ne? Das ist ja auch richtig! Haha! War eine knappe Geschichte! Jetzt wahrscheinlich nochmal ein starker Front-to-Back-Teamfight von uns, und dann... Ich hab jetzt drei Items! Nee! Also, ich bin actually in der ADC jetzt, ne? Aber ich versteh schon, wie manche Aurelion Solo OTPen! Das ist schon ganz lustig, glaub ich, wenn man das kann! Ja! Aber ich find auch... Oft frustrierend, so ne? Wenn man sich so vorstellt, wie viel man leisten muss, um mit diesem Champion Schaden zu machen... Ja! Und dann spielt es halt einfach Yone und... Denkst halt einfach rein, so ne? Das stimmt! So als OTP fühlt sich, glaub ich, den ganzen Tag einfach nur verarscht! Oder wird der Champ genervt? Wollen wir den Lash machen? Vielleicht? Ja, komm! Probieren! Lippen, flippen, flippen! Ja, let's go! Ja, let's go! Ich mach die... Ich komme wirklich! Mach die keiner so... Ja, wir müssen hier direkt trippen! Ja, ja, ich kann! Oh, die gehen mit... Aber wir kriegen Lash, wir kriegen Lash, wir kriegen Lash, wir können den Innipter für traden! Wir können den Innipter für traden! Ich will den Innipter! Ich halte hier auf! Noch einen Optimistic Damage! Ja, ich schen wir guten Damage! Ja, ich... Ich one-hit das! Was Ola hier oben? Die haben Tailgold nicht durch! Aber... Eigentlich haben sie doch durch! Wird kommen! Wird so Raka hier! Okay, du kannst vielleicht die Wave clean! Okay! Vielleicht kannst du die Wave clean noch! Ich versuch's, ja! Weil die Klitsche selbst! Ups! Schon den Nash-Bach behalten, ne? Dann haben wir hier noch alles in der Hand! So da jaggt dich! Oh shit! Oh oh! Dark! Ganz schön insecure oder so da, ne? Ja, ich... Also, ich hätte nicht gedauft! Komm doch! Komm doch! Bleib doch! Ja, der wartet auf seine Freunde! Die lame! Aber da vergisst du, dass er keine hat! Oh! 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 Hitter! Oh! Aber stark gespielt, Mann! Ich komme da? Ich weiß! Das ist nicht gut! Leute! Hau! Jetzt kommt er mit... Jetzt kommt er einfach angeghostet, ne? Um diesen kleinen Tom Kent umzuhauen! Ich habe keinen Fall mehr! Da kommen wir, das ist ja... Da kommen wir, das ist ja... Ich habe einen Fall von Freddy verloren, leider. Du siehst du, Ul! Vielleicht kriegst du nicht mal nach... Ach! 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 Ey, man hat echt viel Scheiß den ganzen Tag aus. Haben wir die bei dir nicht so viel auf der Bedline? Weiß nicht, so. Redet das NIVI überhaupt? NIVI ist doch echt Oldschool, ich sag ja, wenn du das so... So, ja, so naiv und natürlich halt, ne? Das... Das würde ich aufhören! Das würde ich aufhören! Ach! Das würde ich aufhören! Ach! Ich glaube, es wird pushen, ist actually nicht so gut! Ich will es mal vorgehen! Aber es wird sich explodieren, ne? Na gut! Was für Ratten? Die Ghosten doch! Das geht immer? Nein! Aber ich... Überleb' ich das? Oh no! ob am tier 2 ist alles gut wie lange das actually lebt ich bin klappin 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 gewinnst du das oh holy shit da der wesen der körper ich weiß nicht wenn wir es auch für die fast ich komme also ich meine er kann sich einfach hinsteigen rechts na gut ja wir wollen das noch was natürlich auch überhaupt aber sonst ja ein bisschen aber überlebt das ja alles gut dass uns gehen kann als der mich redemption snipen will freddy ist ja so ne war das freddy vanillana komm beruhig dir gehen die base man will einen schaden machen da kommt aber wir haben wir haben tatsächlich und sieg auf die nirgendwo wollen wir noch mal oh clever und dann müssen wir so groß Was hat uns getötet am Ende? Seraphine Q. Seraphine Q. Boah, die Aureno Solo-T, die fast aus der Kindredung gebrochen. Ja, das war auch insane fast. Das hat geklappt jetzt. Komplett nice. War krass? Assassin, Tahm Kench. Ja. Berglein gebordelt. Der trollt aber auch die ganze Zeit mit seinen iTunes rum. Probiert. Wait, what the hell? Ich weiß auch nicht mehr, was er machen soll. Der will einfach tanky sein. Das sind diese ADCs, die denken, sie müssen unbedingt Damage überleben. Weißt du? Ja. Ja, ja. Dabei können sie alles One-Shotten. Wir sind Idioten. Das sind wir doch mal ehrlich. Können wir einfach zum Beispiel sporten, wenn ich die erste stelle? Können wir wirklich peen? Ich hab leider keins. Aber vielleicht, ich weiß nicht. Wir haben nur Rallys voll, ne? Wir sind doch nicht in Time, oder? Wir könnten einfach trappen vielleicht. Ja. Ja, wir sollten wieder trappen, I guess. Okay. Ich mein, die Fights waren jetzt actually okay. Aber die hatten keine Terry Gold, deswegen haben wir gewonnen. Und keine Seraphine. Ja. Loil. Das wird ja immer schlechter. Ja, ich... Das ist es nicht, bin ehrlich. Wo hier? Oh, du kannst das Incent auch sammeln, oder? Oh! Hier, hier! So, oder troll? Ja, spuck raus. Guck dir nicht aus. Nein. Schade. Scheiße. Ja, ich dachte, den kriegen wir in Time. Shit. Ich hab das noch. Aber irgendwie nicht. Na. Zu schnell. Wir catchen ihn aber in der Peltze komplett alleine. Warndra Kill! Renn, Johnny! Oh, oh. Weg. Es ist der Donnartz Timo Jungle Pendakill. Oh nein! Nein! Er gönnt! Nein! Wie kriegt er denn jetzt einen Penta? Er war das ganze Game lang voll useless. Ja, der hat jetzt hier auch das Item mit umgebaut, ne? Das scheint der neue Trend zu sein. Ne, er war ganz der Lady, glaub ich. Okay, jetzt gehen die auf. Johnny war die ganz der Lady. Ja. Ja. Ja, er hofft man jetzt hier auch aufgeben, ich bin ja da, ne? Ja. Okay, auf geht's. Ja, komm. Ja, komm. 16 Marks, holy shit. Wir haben das Beste draus gemacht, ne? Ja. Ja, war nicht komplett schlecht. Ich glaube, die nächsten sind besser die nächsten Chimps. Also ich... Wer hat denn das? Es ist viel Luft nach oben. Ja. Ja. Ja.